ja ich meine Freunde ich habe und zwar ich mache hier dieses Video bei ihr Prozent ich habe nur Bescheid sagen wollte dass ich hier momentan etwas schwer zu meinen neuen Videos komme ich habe jetzt meine neue Catchcam und Catchcam Card Pipapo den Splitter und Ibiza alles was man braucht aber ja habe ich mir alles beschwert und ich hoffe dass es bald ankommt deswegen Monats und ich dass die nächsten Videos etwas scheiße ausschauen werden und ich habe gerade gegessen und ja Leute einfach nicht wundern ich werde schauen dass ich schnell wie möglich bekomme und wir sehen uns beim nächsten Video bis dann ciao